Herzlich Willkommen zu einer weiteren Live-Behandlung hier bei MEG Aesthetics. Heute dreht sich wieder alles um die Nasenkorrektur ohne OP, da unsere Patientin unzufrieden mit der Nase ist. Vor allem im Profil ist sie ihr zu geschwungen und sie möchte lieber gerade aussehen. Das haben wir natürlich vorab in einem Beratungsgespräch bereits besprochen, denn es kommt immer auf die Wünsche, Vorstellungen und Erwartungen eines jeden Patienten an, damit wir diese natürlich auch glücklich machen. So, die Behandlung ist natürlich hier in vollem Gange. Hier wurde einmal Hyaluronsäure unterspritzt. Natürlich ist das Präparat nur von dem Marktführer, was natürlich ganz wichtig ist und da erhält sie dann im Anschluss auch ihren Behandlungspass, damit sie genau weiß, was wie und wo unterspritzt wurde. Jetzt noch ein paar Feinkorrekturen und damit können wir uns sehr zufrieden verabschieden und wünschen noch einen schönen Tag. Bis dahin!